Ja, nee, kein Problem. Gut, bis morgen, tschüss. Whisky, was machst du da? Das ist das neue Handpuppen unter der Lupe. Es heißt immer noch Handpuppen unter der Lupe und nicht Ausweidung unter der Lupe. Das ist halt das neue Format von Handpuppen unter der Lupe. Wie neues Format? Bist du jetzt neue Dienstherstelle oder was? Ich glaube, dass Tanja und ich immer noch hier die Chefs sind. Kann das sein? Ja, ne? Jetzt lass die arme Puppe in Frieden und Katzenklo sauber machen. Los! Na gut, dann machst du das eben weiter. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ich würde mir auf den Tag da alsahplicated. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Komm, ich will auf den Tag da, soll das auf den Tag da sein. Komm, ich war mit einem Tag da, Und da, wir sehen uns beim Tag da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.